So, und damit sind wir zurück zu einem neuen Part von GTA 4. Mein Name ist Cooper Paras, wenn ich einmal eine Ehre für diesen Part aufnehmen zu dürfen, das habe ich hier richtig hart wegnüschelt. Also nochmal, mein Name ist Cooper Paras und wir müssen eine Ehre für diesen Part aufnehmen zu dürfen. Im letzten Part ist ein Saufgeladen, sagen wir mal ein bisschen eskaliert. Von daher würde ich sagen, wir zeigen Roman, dass es uns wieder gut geht. Wir haben die Kopfschüsse überlebt, sie zehn und machen mal die nächste Mission für ihn. Die Kopfschüsse überlebt, Schöpfe! Komm schon, woher du, Mohammed? Hallo, Ramin-Belik-Sauber? Shit, fucking Badry, das ist Chaos! Kapitalismus ist ein Dirty Business. Ja? Wie in der Krieg? Nicht genau. Nein, vielleicht nicht. Wenn du mir richtig sagst, was passiert? Ich werde dich nicht sagen. Das ist dir. Ah, wenn du Zeit hast? Da, ich habe Zeit. Einmal Zeit. Kann ich dir helfen? Okay, ja. Geh, mein Freund, little Jacob. Er ist ein guter Mensch. Er ist ein bisschen. Schau mal ein bisschen. Schau mal nach ihm. Er ist auf 8. auf den Südlosen Flügel. Nico, Mann, wir sollten uns ein bisschen sprechen. Ich bin gut, hörst du dich. Alles klar, Mann. Mohammed, wo die fucker? Oh, Miss Weinstocker? No, no, not you. What can I do for you today? Hol little Jacob ab. So. Ihr erinnert euch, wo ich gehypt war? Das ist der Grund, warum ich eigentlich gehypt war. Jetzt kommt ein Mann, der wahrlich großartig ist. Das kann ich so sagen. Das kann ich so sagen. Ich freue mich jetzt wirklich drauf. Wir fahren kurz rüber und ich habe bis da noch einen Moment keinen Schluck auf mehr. Und ja, ich freue mich richtig. Little Jacob, richtig geiler Kerl. Ich glaube, im Rockstar-Konto ist sogar mein Profilbild von Little Jacob. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Okay, was war das denn? Okay. Begib dich nach Schottler. Okay. Yo, Niko. The one man Roman been talking about all this time. Cousin Niko. Gonna help Roman take over the world and thing. I guess so. Respect. All right, all right. We're going to this spot where I needed to wait for it. Seein? I got the action and a favor too. Go for it. Can you take this piece? You hear anything bad going down? You come and help, Sight? Are you worried about this? I know how to use a gun if you want me to keep watching things. Realness, brother. You're my man Roman's cousin. Thanks. Respect. These rascals that are ruckers with my bridge and real bad man the other day. I want to make peace but you know what type of shit they might pull off. Ja. Unser Herr hier hat Jamaican-Blood in sich und das hört man sofort und aber ist natürlich nicht der Einzige und was cool ist. Von daher, das werden wir dann die nächsten Stunde sehen. Watch out for any badness. Sure. Das ist mir sehr fähig wenn es darum geht sich zu bewegen. Ja und das ist das erste Mal jetzt haben wir auch in die Knalle im Spiel. Jede Waffe die du an dich nimmst wird in deinem Waffenhütter abgelegt. Sehr schön. Hauen wir mal die Waffe raus. Benutze, genau, ne? Ähm, linke, linke Schmock und rechte Schmock um Waffe zu wechseln. Ja. Und dann werden wir schauen falls etwas schief geht werden wir ihm helfen an die Mission und kann ich mich auch noch gut erinnern. Boah, da seid gespannt. Duck dich um nicht gesehen zu werden. Nutze zum drücken den L-Trigger so ziehst du auch präzise. Das war so. Direkt unserem neuen Freund in den Kopf. Wir sind perfekt versteckt. mit ihm. Das wird nur einer von euch kommen. Jacob, Jacob, Jacob we have to teach a bad man his lesson and team. Lesson and team. Ah, schön wie man's kennt das geht ja. Hier haben wir um nachzuladen ähm L-T um zu zielen R-T um zu schießen So können wir auch keinen Headshots machen aber egal. Okay Dann schöne Rolle aber wir sammeln hier erstmal Waffen slash Munition ein Das ist auch immer gesagt Also das geführt an die Challenge des Jahres wenn man sich da hinsetzt und sich denkt so ich gönne mir jetzt mal Little Jacob ohne Untertitel dann viel Spaß Ich bin auch sehr überrascht dass ein Nico Bellic ähm der halt aus dem fucking Ostblock kommt und gerade frisch aus in Amerika ist ähm ihn halt anscheinend ganz normal verstehen kann finde ich finde ich interessant aber gut Ach ja das war da wo wir schon Billa gespielt haben Ha One Love Anicumabreda Mann deswegen als keine Sache mein mein Anführungszeichen schlechten Jamaikanische Nachmache habe ich von ihm sehr schön jetzt denke ich mir genau wir haben hier die optionalen Sachen wir können auf jeden Fall warten bis sie uns anruft aber ich würde mal sagen wir können mal noch ein Date mit Michelle machen das ist eine gute Idee meiner Meinung nach besser als Lat Michelle freut sich begib dich gegen 21 Uhr zu Michelle wie viel ist es denn gerade 20 Uhr ja ich werde halt einfach vorher da sein weißt du Bescheid ähm ich habe jetzt keinen Bock da die ganze Zeit zu warten deswegen mal schauen was wir sehen wenn wir ein bisschen früher da sind ich hoffe mal dass es kein Problem ist wir sind wir fahren auch kreisverkehr falsch durch perfekt 72 stunden it's back guess who's back back again aber ja little jacob my brother man richtig guter richtig guter kerl werden wir auch sehen apropo ja sehr schön da haben wir unseren riesen auf dem kippen perfekt you're on independence and that track proves that you will fail at most of what you do gottseffend kann man auch schon früher einfach hin perfecto solo congiotto eh okay let's get going bring mich ja irgendwo hin wo sie spaß hat also richtig schön richtig geiles date zum clucking bell wir haben genau wir haben billard gespielt wir haben bowling gespielt also nicht mit ihr aber so gesehen das müssen wir mal kurz schauen so da habt ihr es ja gehört da wurde da wurde meine tür geklopft so gesehen klacken bells hat quack ne stell dir vor übrig sei dating wie in so einem fucking mcdonald's oder ein taco bell äh wir saufen uns mit ihr voll oder trinken gegen oder ein taco bell und dann spielen wir mal darts und dann schauen wir mal wie das so wird und danach können wir sie genau in das restaurant bringen oder so einmal bowling einmal darts restaurant aber was soll es erleben einfach spaß haben man kennt es so statt im leben libe geht weiter bank of liberty liberty media okay i haven't played darts for ages sehr schön ja schönen stout blanis ja da ist die dartscheibe schön in der irischen irisch pop so dann spielen wir mal dart gegen sie mal schauen wir auch diesmal verlieren bin gespannt mal schauen ob es ja wie das ausgeht als vier punkte blablabla wenn du großbereit hast 10 punkte 3 feier danke ich glaube die erklärung können wir uns sparen auch wieder 301 zu deiner linie noch 301 punkte so okay wir haben hier eine schüttelige hand so einfach ist das okay wow damn pff das ding schickt ja null also von daher 180 erfolge nice so was für ein finish machen wir wir haben 121 das können wir definitiv finischen können solche theoretisch sagen ne 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 da müssten wir das ist immer wichtig um zu finischen muss dann doppel oder bull sein ok halt's maul dann machen wir aber einen bull machen wir einen bull machen wir bull machen wir noch 14 punkte das ist eine doppel 7 zack easy das ist aber auch super einfach also das ding schüttelt ja gar nicht also von daher wirklich er hat ja gar nicht geschüttelt das heißt wahrscheinlich hätten wir auch quasi die hunderte waffel aus also hauptsächlich in slowly your country is strange and your city makes people crazy how's roman okay he likes to gamble though doesn't he i don't know about that mallory said he was in debt to some criminals do you know about that no that would really scare me organized crime i mean me too do you think they'll try to involve roman i don't think roman would make much of a criminal i guess not interesting weather isn't it very wow michelle auch viel interesse an roman und was er wohl macht mhm violent crime is heavily on the rise in liberty city but unsurprisingly police say the blame lies elsewhere the police department is pointing to a recent influx of eastern european und und ins leap Oh man, aber ja, deswegen wahrscheinlich gibt es auch dann bei Bowlingspielen irgendein Achievement oder so, wenn man einen Strike macht, würde ich jetzt vermuten oder so, haben wir leider verpasst, von daher kann man ja mal nachschauen, dann kann man es easy nachholen, so, drücke Aum, den Glück zu versuchen, drücke Bum, dich zu verabschieden, was heißt das? Are you going to invite me in? For a coffee, I mean. Sure, why not? Great. Hey, listen, I respect you. Aha, für einen Kaffee, okay, verstehe, verstehe. Warmer Kaffee, du wurdest zu deiner Freundin nach Hause eingeladen. Das wollte ich gerade sagen. Du kannst Roman jetzt anrufen und nach Arbeit fragen. So, Roomtel, wo buchen wir die Option Job? Nötig haben wir es jetzt, glaube ich, nicht. Würde ich jetzt vermuten. Aber ja, also meine Dart-Skills haben sie ja sehr beeindruckt. Jeder Dart, jeder, jeder hat, jeder Pfeil hat, war perfekt. Also wir haben quasi den, den Six-Darter gemacht. Weiß nicht, ob es noch schneller hätte gehen können. Mit welcher Zeit nochmal? Genau, 300. Wenn wir jetzt mal schauen, wir sagen ja, wir sagen ja hier, ne, Ich hatte ja 301, dann habe ich hier 301, dann habe ich die 180 gemacht, dann habe ich am Ende die 121. Ich glaube, es geht nicht in zwei, in zwei Hits. Genau, es würde genau ein Punkt fehlen, weil wir dann wieder nur, genau, 60 und 60 hätten, wir dann wieder 120. Dann würde genau ein Punkt fehlen, das heißt, und mehr kannst du nicht am Punkt machen, das heißt, wir... Okay, Ro? Hey, Co, how are you doing? This is so much fun. You know, Roman, I haven't been having that much fun since I got here. Has been a lot like hard work. Well, you should hang out with your cousin more often. Maybe that is the problem. I'm sitting here with Bruce Lee. Well, we're sitting here and calling the cops and watching them show up and look around. You fucking stupid bastards. You shouldn't cry wolf, Roman. Who knows when you really need help. Fuck, I think they see us. Have to call Nico. Bruce Lee, I think I'm here on a... Aber ja, Roman, auf jeden Fall ein smarter Mann. Kappa. Ne, ja, genau, so gesehen, genau, also Six Starter. Wir haben einen perfekten Six Starter gemacht, das hat sich so beeindruckt. Hey! Wir sind zum Kaffee hochgegangen und wir hören euch ein einziger in der Kontrolle hat vibriert. Von daher. Gut. Das war wohl erfolgreich. Haben wir auch, wie gesagt, einen Schiefen bekommen. Kaffee, äh, Kaffee und Kuchen. Ne, wie? Egal. Ähm. Ja, dann gehen wir mal. Genau, wie wir als letztes für Lil Jacob eine Auftrag gemacht haben. Dann gehen wir mal zu Vladdy Boy, zu unserem Asshole Mr. Vlad. Mit immer noch leichten Aggressionsproblemen. Aber zumindestens, je mehr Aufträge wir finden, erledigen, desto besser kommen wir, klar. Zumindest ist es definitiv nervig, dass wir die ganze Zeit Bar and Turb oder so genannt werden. Äh, Peasant. Auf Englisch schön gesagt. Das ist jetzt so ein Peasant-Joke. I'm too rich to understand. Von daher, ja, da ist die Bar. Die Bremse sind auf jeden Fall sehr gut. Ein Ass-Trainer-Bremsweg. Hang out to drive. Hä? Hey, he just walked in. Great, girl. Yeah? Stay away from her. Of course. Now listen. You did good with the people there, don't. But now one more peasant is trying to avoid pain. Who? Moskovsky-Jork, who owns the laundry in the Masterson Street. Thinks in this country business is done differently. Says he will call cops on us. Okay. So? Jork needs to be taught a lesson. Give him a bit. Let him know. Might is right. Hey! Stop that smoking back there! First room! Easy, buddy! Oh! Do what you gotta do. But remember, you see a cup? You don't know me. I see anyone I don't know you. Oh! Wie gesagt. Nikos wenigstens. Begabt mit schönen Kontern. Aber bringt ja wie gesagt auch eine, wie Roman ist meine, eine sehr melodramatische Art zu sich die natürlich Sinn macht für einen Mann, der von Krieg und Grausamkeit, äh, ja, schon traumatisiert ist. Aber drüber reden ist dann so eine Sache. Meistens will man das nicht besonders, wenn man aus der Generation kommt, dann ein Mann ist und so, ne? Männer reden nicht über ihre Gefühle und Probleme. Ähm. Oh ja. Also er findet meine gute Frau, von daher. Vielleicht ist ja Michelle die Richtige. Schauen wir mal. Ich habe eine Message von Vlad. Schade! Geh weg von mir! Ja, gehe den Ladenhaber. Natürlich ist es hier. Gott verdammt. Ah, wunderbar. Ja, das wird jetzt kurz dauern. Ramme den Wagen, bis er anhält. Gut, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Der Typ hat Headstart, aber der hat jetzt irgend so einen fucking Transporter-Schwachsinn. Wir haben ein schnelles Auto, von daher werden wir ihn hoffentlich schnell einholen, bevor er uns entwischt. Ja, da ist er, seht ihr, wie langsam das ist. Wir machen ein bisschen Panik. Bam! Bleib stehen, du Wichser! Let's say, da geht's! Oh, schön, dass die Cops da sind. Ah, gibt er auf. Du hast mich, du hast mich, okay? Warum hast du nicht gebt, Vlad, das Geld, du ihm? Ich werde. Ich habe nur Probleme mit dir zusammengefasst. Blut ist ein Mensch, ein Mensch. Du wirst dir das Geld für dich schnell verabschieden, oder deine Frau wird es nutzen, um deine Maschine zu verabschieden, um die Blut aus deinen Kleinen zu bekommen. Du verstehst? Ich frage mich nicht zweifach, um ein Wagen. Ich verstehe. Ich werde es auch. Ich dachte, dieses Land war anders. Oh, sweet summer child. Wenn du glaubst, Amerika ist anders als die anderen Länder, oder wenn wir es richtig nennen wollen, die USA, dann hast du dich aber bitter gehört. Oh, bloody boy, bloody boy, watch out. Ah, okay, oh. Ich glaube, war auch eine geile Scheiße, ne? Machen wir noch eine Mission, die gehen halt relativ schnell, von daher, komm, wir haben die letzten Parts ein bisschen früher gestorben, von daher können wir dann auch mal. Ja, das ist schon mit einer Waffe, geht noch einfacher. Dann, ja, wir sind hier in der Nähe, dann gehen wir mal unseren guten Kumpel, Will Jacob besuchen. Ist doch mal schön. GTA macht das immer so fantastisch mit Fernsehsendern und Radiosendern, die einfach so eine perfekte Parodie der amerikanischen Gesellschaft darstellen. Ah, schön, schön. Concrete Jungle? Junge wäre, glaube ich, jetzt nicht das mit dem 1006, das geht auch ab. Ja, das ist doch, ich bin mir bester. Was ist das? Es ist Niko. Niko? Ja, ich bin echt hart, die Nacht zu haben, ich bin so gut, ich bin so gut, das war, das. Was? Ich versteh kein Wort von dem was du sagst, aber ja, passt bestimmt. Ich habe ein Deal für Mecklenum. Ich habe eine Sarratoga Avenue in Willis. Du meinst, dass du diesen Weg gehst? Der Herb ist nicht zu gut für meine Eichhörn. Was? Eichhörn? Oh Gott. Es wäre jetzt schön Reggae Musik zu hören, aber... Ja, wir wollen keinen Gesehörn. Ja, Hotbox. Ich habe eine Kalle für Neu-Sauce. Ich weiß nicht, dass all diese Herb ist, aber... Ich habe eine Parade, dass ich sie nicht vertraue. Wer hat diese Sache? Einige Arborshalte von der Crew. Badmann weiß sie lange, aber... ich denke, dass sie die Gesichter sind. Wenn sie die Gesichter sind, dann weiß ich was, ich weiß, was Badmann zu machen. Du denkst, dass das ein Setup ist? Ich weiß nicht, dass ich hart verbringst. Ich habe mich hart verbringst. Ich fache mit meinem Kopf. Ich lass mich über diese ganze Scheiße denken. Ich schaue mich über diese Scheiße. Ich versuche nicht, dass ich mich selbst nicht vertraue. Ich kann 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 nicht vertraue. Ich bin nicht vertraue. Ich bin nicht vertraue. Ich bin nicht vertraue. Fahr an die EZ-Rigasse. Ah, stimmt. Der Newstruck kann mich auch leiden. Es kommen jetzt echt lange so... Änderungen zurück. Das ist echt ganz cool. Und diese Copyright-Freie Musik badert uns schön einen weg. Okay. Ja. Ich glaube, da können wir etwas Schönes mit dem Auto machen. Da müssen wir unsere Munition nicht verschwenden. Okay. Warum würdest du die Kugeln verschwenden, wenn wir unser Auto haben? Okay. When I try not to slit my wrists. When I try not to slit my wrists. Okay. Kriege ich nicht? Hat er keine Muni? Aber die anderen haben, glaube ich, definitiv Muni. Die hole ich mir noch kurz. Wie gesagt. Am Anfang des Spiels ist es, glaube ich, besser, da was zu haben anstatt nichts zu haben. Nee, versteht schon. Sehr schön. Und dann schenken wir zurück ins Auto. Wir holen unseren little friend ab. Little friend, je. Wird auch sein Auto. Von daher. Ähm. Muss ich hier wohl anscheinend aufpassen. Ähm. Aber gut. So. Einmal kurz hier rüber. Dann haben wir das. So. Da ist er. Den holen wir dann ab. Du kannst dich auch mal ein bisschen schneller bewegen, Junge. Hm. Respekt. Bring Jacob zum Stadthaus in Meadows Park. Oder Meadows. Aber Meadows Park. Meadows Park. Meadows Park. 밥, ne. Na. Wie. A. Si. Komm. Yann. Die. Die. Redaktion. Ähm. Die. 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 Ich geh mit Jacob zur Vordertür. Oh, das wird ja lustig. Müssen wir mal ein paar Jungs erledigen. Mission geht auch noch ein bisschen länger als ich dachte. Ja, wir können auch aus der Deckung, oder? Ja, kriege ich hin. Gut, Rainer. Ja, und erledige alle Drogendealer. Ja, Verbandskästen, Febber, ist dann ein Gesundheitszustand. Okay. Und jetzt am Mittelschotgang. Bring Jacob zurück zum Homebrew-Kaffee. Sehr schön. Ja, und die Leute wissen jetzt, don't fuck with little Jacob. Und Nico Berdick. Ja, aber wie gesagt, das Schöne ist so, ich hab gesagt, dass ich niemanden töten möchte. Jetzt haben wir schon so sehr viele Leute über den Haufen geschossen. Badman gonna be happy with this sad thing. Januar. Danke, mein Bruder. Don't mention, it was a pleasure. I look out for Badman like how you look out for Roman. He's my cousin. Blood be the thickest boundaries, you know? Light is not always an easy thing in our staff. Badman tell me, say, yo, Jacob, kill him. Jacob, show that. Et cetera, et cetera. It ain't always logical, but I and I follow. See? Dad, I do. I'm called Stabberman for giving a school face. Orders are sometimes hard. You must be sure you agree before you follow. I have made that mistake myself a long time ago. Perrin, I know you're right, you know, brother. But Badman is my brother. I follow him wherever. Ja, und Befehle und so, das ist auch immer ein hartes Thema. Sagen wir mal so. Eieiei, knapp was Scheiß. Knapp was Scheiß, knapp was. My brother, haben wir zum ersten Mal schön gehört. Stewed Chicken, Curried Goat, Jerk Chicken. Plantain, Rice and Peas, Iced, und so weiter. Iced Coffee. Gut, ihr Leute, dann, Lil Jacob gefällt das natürlich. Wir haben ein paar Leute erledigt, dass wir dem keinen Menschen töten. Hat sich schnell erledigt. Und zwar auch ganz groß erledigt. Von daher, ein bisschen in Überlänge hier, bitteschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann. Und ciao. Ciao.